Die Berufung der zwölf Jünger Will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 16, Vers 24 Wisst ihr noch, wie es war, als Jesus Petrus gerufen hatte? Petrus hatte so viele Fische gefangen und dann hatte Jesus gesagt, folge mir nach. Was hatte Petrus getan? Genau, er war Jesus nachgefolgt. Er war aufgestanden und mit Jesus gegangen. Das veränderte wirklich sein ganzes Leben. Vorher hatte er in einem schönen Haus gelebt, hatte sich um seine Familie gekümmert, war fischen gegangen, hatte sich mit seinen Freunden getroffen. Aber jetzt war er mit Jesus unterwegs. Er zog einfach mit Jesus mit. Jesus ging umher. Er lebte nicht an einem bestimmten Stadt, sondern ging in verschiedenen Städten Israels, um den Menschen dort von Jesus zu erzählen. Und Petrus ging mit. Natürlich konnte er so nicht mit seinen Freunden sehen. Er hatte auch nicht immer sein eigenes gemütliches Bett. Aber er war mit Jesus unterwegs. Er folgte Jesus nach. Das wollte er tun. Petrus war nicht der Einzige. Sein Bruder Andreas ging mit. Jakobus und Johannes, die anderen Fischer, waren auch dabei. Aber auch viele andere Menschen waren bereit, mit Jesus zu gehen. Manchmal kamen tausende Leute, um Jesus zu hören. Die meisten aber gingen abends wieder nach Hause. Aber trotzdem kamen immer mehr, um wirklich mit Jesus zu leben und umherzuziehen. Wahrscheinlich konnte man nicht genau sagen, wie viele es waren. Mal waren es mehr, mal über 70, mal wieder weniger. Aber Petrus blieb dabei. Er wollte Jesus ganz nachfolgen. Er hatte Jesus kennengelernt und deshalb wollte er bei Jesus bleiben. So war er auch jetzt mit Jesus unterwegs. Aber Jesus schien etwas Besonderes vorzuhaben. Die ganze Nacht war Jesus auf einem Berg geblieben. Ich möchte beten, hatte Jesus gesagt. Ich habe eine wichtige Entscheidung zu treffen. Deshalb würde ich vorher mit meinem Vater darüber reden. Petrus war neugierig. Was war das wohl für eine Entscheidung? Vielleicht würde Jesus ihnen ja am Morgen sagen, was los war. Petrus wartet gespannt, bis Jesus vom Berg herunter kam. Endlich war es soweit. Jesus ist wieder da, rief einer der Jünger. Schnell entstanden alle auf. Manche schliefen noch, die anderen wurden schnell geweckt. Sie machten sich schnell fertig, um wieder bei Jesus zu sein. Bald war eine ganze Menge Leute um Jesus versammelt. Alle schauten gespannt auf ihn. Ich habe für einige von euch einen besonderen Plan, begann Jesus. Zwölf von euch werde ich auswählen und diese zwölf sollen mein besonderer Begleiter sein. Sie sollen von mir lernen. Und sie sollen auch selbst losgehen und predigen und anderen von Gottes Liebe erzählen. Die Jünger schwiegen. Petrus schaute sich vorsichtig um. Um ihm herum standen viele andere. Es waren tolle Leute dabei. Männer, die viel erreicht hatten im Leben. Männer, die eine gute Ausbildung hatten und die gut reden konnten. Petrus überlegte, wenn Jesus wohl auswählen würde für diese Aufgabe. Ihm fielen einige ein, die das tun könnten. Vielleicht fallen dir auch einige ein, wenn du fragst, wer Jesus wirklich nachfolgen dienen könnte. Aber weißt du, was Jesus will, dass du selbst ihm nachfolgst? Aber dann wurde Petrus aus seinen Gedanken gerissen. Alle schienen auf ihn zu schauen. Was hatte Jesus da gesagt? Hatte er wirklich Petrus gesagt? Das konnte doch gar nicht sein. Er, Petrus, folgte zwar Jesus nach, aber er war wirklich gut genug, dass er auch für Jesus predigen konnte? Petrus war sich nicht sicher. Aber Jesus schien sich sicher zu sein. Er hatte wirklich Petrus gesagt. Petrus sollte seiner der Zwölf sein. Jesus hatte ihn wirklich berufen. Jesus konnte ihn so gebrauchen, wie er war. Petrus freute sich redig. Dann hörte noch andere Namen. Andreas, das war Petrus Bruder. Der sollte auch dabei sein. Und Jakobus und Johannes, die beiden anderen Fischer. Oh, die beiden waren bekannt dafür, dass sie sehr temperamentvoll waren. Jesus hatte mal Dönnesölle zu ihnen gesagt. Aber auch sie konnten Jesus gebrauchen. Jesus sprach weiter. Philippus, sagte er und schaute Philippus an. Und dann Bartimaeus und Thomas. Wirklich Thomas? Der hatte doch immer so viele Fragen und Zweifel. Ja, wirklich Thomas. Jesus wollte, dass auch Thomas ihm nachfolgt und bei den Zwölfen war. Jesus sah noch einmal alle Jünger an, die er genannt hatte. Ihr sollt mein Apostel sein, erklärte er. Apostel ist bedeutet Gesandter. Jesus sandte diese Jünger. Sie waren Boten für Jesus. Jesus sprach weiter. Ihr werdet von mir lernen. Dann will ich euch aussenden. Ihr sollt für mich predigen und ihr sollt böse Geiste ausreiben und Kranke heilen. Petrus zuckte ein wenig zusammen. Ja, er wollte Jesus nachfolgen. Aber würde er das alles schaffen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht hatte sich Jesus ja doch ein paar in der Wahl geirrt. Nein, Jesus hatte sich nicht geirrt. Ich werde euch die Macht dazu geben, versprach Jesus ihm. Wenn Jesus dich beruft, dass du ihm nachfolgst und ihm dienen sollst, dann wird er dir auch die Macht dafür geben. Wenn du denkst, du kannst es nicht, dann schaue auf Jesus. Er kann es nämlich und er selbst wird dir helfen. Die zwölf neuen Jünger lernten nun jeden Tag von Jesus. Sie lernten, wie er lebte. Sie lernten, wie er betete. Und sie lernten, wie er predigte. Und sie begannen, sie selbst zu predigen. Sie waren Jesu Gesandte, Jesu Apostel. Aber neben den Zwölfer passend gab es ja noch viele andere Jünger, die Jesus nachfolgten. Sie waren nicht unwichtig, auch sie waren Jesus wichtig. Aber wieder traf er Menschen, die er rief. Folge mir nach. Viele waren bereit, alles zu lassen, um Jesus wirklich nachzufolgen. Manchmal kamen Menschen selbst zu Jesus. Einmal kam ein junger Mann auf Jesus zu. Ich will dir folgen, wohin du gehst, versprach dieser Mann. Aber Jesus schaute ihn ernst an. Weißt du, was du da sagst? fragte er. Die Füchse haben ihre Guben, dort haben sie ein Zuhause. Auch die Vögel haben ihre Nester, in denen sie ruhig schlafen können. Aber ich selbst habe kein eigenes Zuhause. Ich habe kein eigenes Bett, in dem ich mich jeden Abend hinlegen kann. Bist du wirklich bereit, dein Zuhause zu verlassen? Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann ist es nicht immer leicht. Vielleicht musst du meinetiges aufgeben. Du musst wahrscheinlich nicht dein Zuhause aufgeben. Aber vielleicht musst du schlechte Freunde aufgeben. Vielleicht musst du einige schlechte Bücher und Filme aufgeben. Vielleicht musst du schlechte Angewohnheiten aufgeben. Bist du bereit dazu? Jesus sagte, folge mir nach. Aber er sagte auch, dass Nachfolger es was kostet. Überlege, ob du bereit bist dazu. In der Bibel steht nicht, ob dieser junge Mann bereit war, sein Zuhause und sein warmes Bett zurückzulassen. Einmal sprach Jesus einen anderen an. Folge mir nach. Dieser Mann war sofort begeistert, aber trotzdem hatte er noch eine Bitte. Jesus, mein Vater ist schon alt. Er wird irgendwann sterben. Bitte erlaube ihn nur, mir noch so lange beim Vater zu bleiben. Wenn ich ihn dann begraben habe, dann werde ich dir nachfolgen. Wisst ihr, was er damit sagen wollte? Er sagte, ja Jesus, du bist mir wichtig, aber es gibt Menschen, die mir wichtiger sind. Was ist dir wichtiger? Jesus oder andere Menschen? Komme er erst seine Freunde und dann irgendwann mehr Jesus? Oder bist du wirklich bereit, Jesus nachzufolgen? Jesus gab diesem Mann eine ernste Antwort. Lass die Toten ihre Toten begraben. Sagte er, geh du hin und verkündige das Reich Gottes. Dann kam noch ein Mensch, Jesus. Ich will dir nachfolgen, sagte dieser. Aber vorher möchte ich von meiner Familie Abschied nehmen. War das falsch? Nein, ich denke nicht, dass es falsch war, auf Wiedersehen zu sagen. Aber Jesus kannte das Herz dieser Menschen. Er wusste, dass sein Herz eigentlich nicht ganz bei Jesus war. Eigentlich wollte er seine Familie gar nicht verlassen. Deshalb sagt Jesus, wer seine Hand an den Flug legt und zurücksieht, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Die Felder mussten damals vor dem See mit einem Flug bearbeitet werden. Damit wurden tierviel Furchen festen Ackerbohnen gezogen. Beim Pflügen musste man erst nach vorne schauen und genau darauf achten, wo man hinging. Sonst wurden die Furchen krumm und schief. Wenn man zurückschaute, konnte man keinen gerade Furchen machen. Jesus wollte diesen Menschen damit sagen, wenn du mit mir gehst, dann schaue nach vorne. Dann schaue auf die Aufgabe, die ich für dich habe. Du kannst nicht für Jesus leben und immer nur daran denken, was du alles nicht tun kannst, weil du Jesus nachfolgst. Wenn du das tust, dann ist dein Herz dich ganz bei Jesus. Dann folgst du Jesus nicht wirklich mit ganzem Herzen nach. Aber Jesus möchte, dass du ihm nachfolgst. Er möchte, dass du bereit bist, für ihn Dinge aufzugeben, dass er dir wichtiger ist als andere Menschen und dass du ihm mit ganzem Herzen nachfolgst. Bist du dazu bereit? Er möchte, dass du ihm mit ganzem Herzen nachfolgst.